ja halli und hallöchen meine lieben freunde und damit darf ich jetzt einen folge von der landschaftsregel und auf dein begrüßen wir lassen folge waren hier im waldtempel die haben wir eigentlich schon besiegt also eigentlich müssen wir die ja nicht nochmal besiegen hier im waldtempel sind gestorben haben aber ja noch die schlüssel deshalb werde ich jetzt mal gucken auch kommen schon dreh dich um drehe ich um das hatte wir letztes mal schon den brauche ich noch mal bringen den braucht man nicht zweimal bringen der reicht einmal so und zwar wenn wir jetzt noch mal gucken wir haben wir noch mal einen schlüssel bekommen haben wir nicht sogar schon einmal ja genau genau wir haben doch auch einmal hier irgendwo aufgemacht sind da verreckt wo war denn das die letzte aufnahme nicht so lange her für mich aber dennoch mein gehirn ist dufe wann war wann habe ich das aufgenommen war das sonntag ich war ich bin ja vorbeugt und heute wir haben heute dienstzeit den 21 juli also so gesehen eine woche genau eine woche bevor es rauskommt wenn alles gut läuft kann immer sein dass ich dann doch was verschiebt weil keine ahnung keine zeit keine lust ein video hochzuladen zu bleiben obwohl hochland durch ja nicht gerade wenn ich beim arbeiten bin ferien arbeiten und so und ich sage nicht wir müssen da okay ich glaube ich habe voll vergessen zu schildern komm herr skelett plis jetzt du möchtest mich schon trollen wow jetzt verreckt du misset ey ich krieg die krise bei denen ich komme mit denen nicht klar patrick dekunus fucking dekunus benutzi 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 ja schön dass ich hier nicht mehr treffe ich brauche herzen ich habe noch ein fucking halbes herz und er sagt nicht ich muss das rätsel online da habe ich letztens mal die komplette folge für gebraucht und wir haben mal bisher das heißt wir werden im nächsten raum sowieso sterben eigentlich denke dass wir im nächsten ja komm das hat kein wer da können wir direkt normal versuchen ganz er weißt du was wir tüten jetzt die informe bei den herzen herr die offensichtlich auch neuer mann nicht die wolfe ich will die wolfe nicht töten ich glaube ich habe schon mal was gesagt dass ich wolfe einfach einfach super finden dass mir wichtig wenn ich sie in spiel töten muss ich freue mich so auf twilight princess das werde ich auch das wird wahrscheinlich wahrscheinlich ich weiß und ich habe es noch nicht im kopf nach sm sommer galaxy 2 kommen möchte ich gerne princess alpin oder nachdem je nachdem was zuerst fertig ist da ich ja eigentlich keine genaue ahnung habe wie lange der beiden spiele gehen wenn ich könnte auf long to beat oder generell einfach mal gucken wie lange die spiele circa dauern nachgucken aber ich habe mir jetzt keine ich habe es bei euch verloren hashtag wer naja wir gehen da einfach noch mal rein kommt runter kommt runter danke dreh dich um und diesmal benutzen wir diesen fucking diku dingens dank dankes gold toller danke ne wirklich danke fettes thank you übrigens dass ich gar gelernt habe würde es ja denke ich nicht schlimm gewesen sein dass ich es dann selbst benutzt habe weil ich hoffe wo habe ich mir so krass gesafestated das war im stream das ist das war im stream das war nicht irgendwie das war im stream übrigens leute es gab dem letzten spontanen stream weil die nicht mitbekommen haben folgt mir am besten mal auf twitter weil da könnte ich so weiter da steht sowas damit spontan streams kommen oder generell auf hitbox mal folgen wenn ihr die streams nicht verpassen wollen weil da gab es den letzten relativ spontanen stream es kann nämlich gut sein dass wenn ich irgendwie mal in streams bilden von keine ahnung ricky mania volo keine ahnung wer da hat stream wenn ich auf hitbox so folge und die dann irgendwie sagen sie haben spontan keinen bock mehr dann kann es gut sein dass ich direkt danach streame weil fame nein das kann ja nur gut sein dass ich direkt danach streamen das hat die leute noch was zu gucken haben das heißt folgt mir da auf jeden fall auf twitter oder auf hitbox um da erst nicht zu verpassen wenn es mal das team nicht am mittwoch oder am sonntag gibt apropos mittwoch ich glaube ich dass ich morgen streamen kann werde ich auf ja ich muss mal gucken wahrscheinlich ziemlich ja okay das sollte ich es nicht in der aufnahme überlegen weil das ist für euch schon letzte woche und für mich sind diese unter v produktion okay ihr wisst was ich hier habe es immer wieder gesehen habt das marika 8 video alle gesehen das ist auch viele aufrufe typisch marika 8 aber natürlich nicht monetarisiert war nintendo aber das da möchte ich nicht immer mit anfangen weil ansonsten kommt wieder du bist ach die stehen noch so okay 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 dann 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 ist das ja machbar wenn die noch so stehen dann ist das ja okay dann dann ja haben wir das ja schnell gemeistert ne wir mussten dann noch mal die paar gegner töten hier musste ich hin genau ich höre schon die fucking skelette nach denen habe ich ja noch gekillt dann kamen die anderen viecher hätte ich glaube ich ein herz oder so so komm her kommt man treu mich nicht wie schnell der ist aber ich bin schneller das war gut okay da ist noch einer ich könnte ja nicht ignorieren komm her komm schädelie 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 bäb komm her komm 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 bäb alter alter ich hab doch mein schild jetzt komm kannst du bleib ich hatte mal ein schöner damage mich trotzdem ey träume ich halt noch mehr ja wie kommt ich da noch mal durch ach so schlüssel ne schlüssel dann waren wir hier diese korridor ist völlig verdreht echt navi echt aber cool gemacht ey achte auf die schatten der kreaturen die an der decke das ist doch nix ja das haben wir beim schlüssel weniger ähm kann ich die ja nicht sehen what the fuck hi hä dann waren wir woanders drin oder aber da waren doch moment moment das muss ich jetzt selber im let's play nachgucken natürlich nicht alleine ich bin ja muss ich machen dass du auf dann wären hier moment 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 was waren die letzte die hier willst du mich jetzt nein nicht windows ich guck mal voll warum öffnet sich das immer das mir ist immer wieder umstellen so vc bitte bin ich jetzt komplett behindert ist moment okay wir sind doch an denen gestorben ach das war ach genau die haben wir bis sie was haben wir da nicht bekommen was haben wir da bekommen ich weiß es nicht mehr ich gucke mir gerade selber bei okay da haben wir also das heißt okay das heißt wir brauchen noch mal einen schlüssel okay ich habe echt gedacht wir sind bei den skelettviechern gestorben das war jetzt ein bisschen dumm dann sind wir also anscheinend bei bei den skelettkopf ja dann sind wir da gestorben ich krieg wahrscheinlich nicht wieder herzen oder nein dann brauchen wir einen neuen schlüssel ja wir brauchen einen neuen schlüssel wir waren jetzt hier drin jetzt gucken wir mal ob da herzen oder deko nüsse drin sind bevor wir mal weitergehen herzen oder deko nüsse please was bringt mir magie danke deko nüsse wären auch noch super wenn ich da noch ein paar kriegen könnte okay da oben ist frei da jetzt links also patrick das top aufnahme aus dass du wieder vernünftig ja gut dass ich das nicht vergessen habe ich habe es gerade zufällig gesehen weil ich das hört sich vielleicht ein bisschen komisch an ich habe gedacht man hätte meinen namen gerufen und dann habe ich irgendwie auf den linken bildschirm guckt das ist mir aufgefallen klingt sehr mal die diese diese musik ist irgendwann frei richtig da brauche ich erst den bogen führen dass es geht auch nicht mit dem okay kann ich denn hier mit dem dings hoch jetzt moment mal bitte was sagt denn die navi hierzu das feuer der fackeln ist erlöschen es scheint als wäre es von geistern genommen worden ja okay also ich hier sterben wir hier waren wir hier ist zu hier ist nix da ist auch nix wir müssten eigentlich hier hin aber dafür brauchen wir den boom es kann sein dass ich gleich die komplett lösung linsen werde hier haben wir ja genau gehen wir nochmal hier hin ja weißt was leck mich am arsch ey hier genau hier waren die genau 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 hier haben wir den zweiten schlüssel bekommen genau jetzt brauchen wir aber noch einen dritten nice volles leben danke fey ähm wahrscheinlich müssen wir irgendwo mit dem ding hin kann das sein natürlich laufe ich genau rein ja zwei hits ja leute wir machen noob taktik komplett lösung hype so dann gucken wir mal bla 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 da waren wir ja da waren wir ja auch die haben das gestohlen genau 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 okay die haben wir spät aber das macht ja nichts okay ein lied irgendwo okay da sind wir ja durch da waren wir ja durch stimmt das war ja dann der garten hier wo wir am endeffekt den zweiten schlüssel bekommen haben ja genau und die map natürlich dann sind wir hier rein genau sorry das ist gerade ein bisschen lang wir haben den zweiten schlüssel gefunden genau dann können wir hier rein dann sind wir hier durch genau dann haben wir den ganzen kack gemacht wo ich jahre für gebraucht habe immer noch der kack immer noch der kack so hier ist dann der cory öffne verschlossene türe und pass auf die verdrinken hier hat er zwei hat er irgendwann drei nee das heißt wir müssen noch mal das durchmachen okay gut das habe ich jetzt nicht gewusst ich aber warum wurde er uns denn abgezogen okay okay merke dann haben wir ja nur ein hä aber warum wurde ich bin ja echt ein bisschen vor egal wir gehen da jetzt einfach hin ich meine es hilft dir nicht wir müssen ja da sowieso hin bitte deku dinge na ich kenne wir den nah ne ich noch immer nicht aber wir uns nachher nur nerven komm mach schieß das war natürlich zu nah schieß danke du droppst nix oder herz ok das ist jetzt noch mal kurz durch das geht ja relativ schnell hier unten nicht sogar noch ne hier ist gerade wasser da runter müssen wir ja ok ja dann müssen wir das wohl noch mal machen sorry leute dass ich ich wusste das hat echt nicht mit dem Schlüssel das hätte ich sonst echt kurz auf screen ich bin schon unverbesserlich das hätte ich schon sonst kurz auf screen vor der aufnahme gemacht das wäre ja wo muss ich denn hin nochmal ich habe es echt schon wieder vergessen ich muss ja da rüben hoch fuck ey es tut mir leid es ist blind es ist kein entschuldigung dafür dass du so scheiße bist sei ruhig ok schnell 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 ok ist ja gut dann müssen wir die nicht töten ja wir rennen jetzt einfach kurz durch das wird es vielleicht Ja, mein Gott. Ist die Folge ein bisschen Wiederholung und ein bisschen langweilig. Das ging schnell. Nicht runterschwehe, wenn der mich von hier unten treffen kann. Sehr gut. Ja, das ging jetzt sehr schnell. Den Schalter gedrückt, das Licht angemacht. Wenn es dunkel ist, dann hoffe ich, dass Fenster wieder zu machen und es wieder heiß. Yay. Das ist schon mal gezielt ins Wasser. Sehr nice. Du hörst mal deine Maul. Natürlich hat es ihn jetzt nicht getroffen. Ich bin mein Gott. Ich bin mein Gott. Danke. Untertitelung des ZDF für funk, 2017